Ho, ho, ho! Seid ihr auch so gespannt? Wollt ihr wissen, was heute hinterm Kläppchen ist? Ein toller Preis! Der rotarische Weihnachtskalender aus Emsdetten. Anschauen, mitmachen, spenden. Für Weihnachten und für eine bessere Welt. Passend zur ruhigen Adventszeit melden wir uns heute vom stillen Örtchen. Die Adventszeit ist wirklich sehr still. Und weil es sehr still und ruhig ist, wird auch immer viel gegessen. Man isst viele Plätzchen und Lebkuchen, kommt dazu und Spekulazis. Und die muss man ja auch wieder abtrainieren. Und deswegen haben wir uns für euch was Sportliches ausgedacht. Wir haben uns für euch überlegt, euch das Thema Hula Hoop etwas näher zu bringen. Einer der besten Tipps ist, dabei so enge Kleidung wie möglich zu tragen oder am besten auch gar keine. Dann hat der Reifen so wenig Abrieb wie möglich und bleibt auch schön oben. Ihr stellt euch schulterbreit auseinander und schwingt den Reifen einfach los. Ich mache einmal vor, wie das aussieht, wenn man es kann. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie der Professor sich schlägt. Ich mache jetzt mal. Ja, ihr seht, dass es gar nicht so einfach ist und übt man schön über die Weihnachtszeit und dann schauen wir uns mal irgendwann eure Ergebnisse an. Ja, und als Geschenk haben wir uns zwei Sachen für euch überlegt. Zunächst einmal ein paar Gutscheine von unserer gemeinsamen App von BWL Champion und dann gibt es noch einen Shopping-Gutschein von P&C dazu. Und das alles im Wert von 200 Euro insgesamt. Viel Spaß damit. Und viel Glück beim Gewinnen. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Weihnachtszeit. Ciao. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Also, gutes Tun und dabei sein. Spenden Sie auf unser rotarisches Treuhangkonto und gewinnen Sie mit etwas Glück einen der attraktiven 24 Preise. Die Verlosung findet online statt, am 26.12. ab 15 Uhr auf dem YouTube-Kanal des Rotary-Clubs Amstetten. Und das beste 100% der Spenden kommen an. In diesem Jahr für vier Projekte. Für unser Mokoro-Projekt in Kenia, für das Agroforestry-Projekt in Burkina Faso, für unser Hospizhaus Hanna in Amstetten und für eine lokale Aufforstungsaktion im Kreis Steinfurt. Die Welt ein wenig besser machen, spenden und mit etwas Glück gewinnen. Ihnen eine gute Zeit. Frohe Weihnachten.